Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Video. Wieso bin ich hier schon gesprungen? Stück Scheiße da unten. Die dauern nicht in mein Team, ne? Ja klar. Ein Gegner? Zwei Gegner? Außerdem mein Freud spielt gerade. Warte mal, eine Runde spielen. Gegner? Also wenn der jetzt eine Waffe findet, ne? Ja, die ist tot. Ja. Der hat eine Waffe. Entschuldigung. Ich bin auch in der Zunge, ne? Hm, wenn du im weißen Kreis bist, ja. Genau. Ja. Ja. ... Jetzt höre ich lieber in der Zunge. Hm hm. Verkaufs noch mal kurz deine Map. ein paar minuten zeit glaube er möchte was sagen guck doch noch mal bei energy bots becker auf dem kanal nach alles klar jan ist gestorben also mich würde es freuen wenn ihr noch mal auf meinen kanal ist denkbar 1 3 5 vorbeischaut und bei energy bots becker und bei marco 4163 das würde uns allen sehr freude sehr viel freude machen stimmt abonnieren und liken nicht vergessen und schreibt in die kommentare was wir anders machen sondern was nicht haut rein